Die Österreicherin Sabrina Müller ist unser Neuzugang im Mittelblock. Hallo, ich bin Sabrina Müller, ich bin 27 Jahre alt und meine Position ist Mittelblockerin. Wie kam unsere Sabrina das erste Mal mit Volleyball in Berührung? Ich habe acht Jahre getanzt und habe dann durch Sportstumpern in meiner Heimatstadt in Vellner am Wörthersee das Beachvolleyball für mich entdeckt und war sofort verliebt in Volleyball. Und ja, da ist dann eins zum anderen gekommen. Doch wie begann dann Sabrinas professionelle Volleyballkarriere? Ich bin dann von einem Hallentrainer gleich vom Sand in die Halle gezogen worden. Und dann von einem Zweitligisten zu einem Erstligisten in Österreich durch einen Trainer gescoutet worden. Und dort bin ich durch meine Größe eben schon mehr unterstützt worden und sehr gefördert worden. Doch danach nahm der Volleyball erstmal eine Nebenposition ein. Weil in Österreich die Ausbildung sehr wichtig ist, habe ich dann einen anderen Weg eingeschlagen und habe dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und nebenbei trotzdem in Österreich weitergespielt. Und habe eigentlich den Traum, ins Ausland zu gehen, beiseite gelegt. Und mit der neuen Nationalteamtrainerin, Svetlana Illic, ist dann ein neuer Weg erschienen. Und dann bin ich dann ins Ausland. Zuerst in Slowakei, dann nach Spanien, dann Rumänien und jetzt in Suhl. Und wie sieht Sabrina das Team und ihre ganzen Kolleginnen? Ich finde, wir sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Viele Persönlichkeiten, viele Charaktere. Aber wir verstehen uns alle super. Und ich glaube, da kann viel daraus entstehen. Und was denkt Sabrina über unseren neuen Leitwolf Laszlo-Holoschi? Laszlo ist definitiv Volleyballverrückt. Aber das ist super als Trainer. Und er fordert uns, unser Maximum rauszuholen. Und wie sieht die private Seite von Sabrina neben dem Volleyball aus? Ich, am wichtigsten, sind Familie und Freunde. Ich bin immer sehr viel in Kontakt mit ihnen. Aber was ich auch sehr gerne mache, ist einfach neue Sachen entdecken. Neue Städte, neues Essen. Alles, was die Umgebung betrifft und was meine Heimat betrifft. Sabrina Müller, herzlich willkommen in Suhl. Alles, was die Umgebung betrifft.